Strom. Ohne ihn würde heutzutage nichts mehr funktionieren. Doch wie gelangt er dahin, wo er hin soll? Wie kommt er von Photovoltaikanlagen ans Stromnetz, zu Straßenlaternen, Elektroladestationen oder in unsere Haushalte? Wir sind Amphenol FTG aus Trierberg und mit unseren Komponenten zur Stromverbindung und Verteilung machen wir genau das möglich. Was 1962 als kleines Elektrofachgeschäft von Friedrich Göringer begann, ist heute Teil des weltweit renommierten Amphenol-Konzerns. Um der stetig wachsenden Nachfrage an Elektroinstallationsmaterial nachzukommen, produzieren wir über 12.000 Produkte an insgesamt vier Werken. Zwei am Standort Trierberg, eines in China und in Nordmazedonien. Als Arbeitgeber in einem rasant wachsenden Segment sind wir stolz darauf, an unseren Heimatstandort im Schwarzwald verwurzelt zu sein. Doch unsere Ambitionen gehen über die Grenzen hinaus. Durch die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten sichern wir unsere internationale Ausrichtung und schaffen neue Perspektiven. Denn ein Großteil unserer Produktion erfolgt immer noch hier in Trierberg. Von der Werkzeugerstellung bis zum fertigen Produkt. Hier werden Werkzeuge gefräst, Rohmaterial gestanzt und gebogen, Isolierungen mit modernster Technik bedruckt und abschließend fertiggestellt. Werde Teil unseres Teams und gestalte deine Zukunft. Entdecke spannende Karrieremöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld, das Innovation, Teamgeist und persönliche Entwicklung fördert. Helf uns dabei, dass das Licht anbleibt.